...überfall zum Tode durch den Strang. Der Urteil wird in drei Tagen, am Freitag, den 10. Juni, nach Sonnenaufgang, vollstreckt werden. Also schön, wenn der Zickenbart nicht reden will, dann lassen wir ihm die Luft ab. Hilfe! Hilfe, mein Gaul, mein Gaul! Wo will diese Kitte aufgetaucht ist, hat es doch bisher immer Mord und Totschlag gegeben, nicht wahr? Und deshalb wollten sie mich beseitigen. Hände hoch, keine Bewegung! Na, und jetzt werden wir die Höhle im Wald durchsuchen, Henk. Los, Fahrrads! Hey, Mike! Los, umdrehen! Hey, Luke! Los, umdrehen! Hey, Scotty! Los, umdrehen! Und ob wir uns noch mal sehen wie diese Kitte? Ich komme doch zu deiner Hinrichtung, das lasse ich mir nicht nehmen. Ich will doch deine Zunge raushängen sehen. Vorher schlage ich dir deine Knochen noch mal kaputt. Halt, Ritter! Du kannst dich wohl bloß noch schwach an mich erinnern, was? Das macht nichts. Ich mich an dich umso mehr, du alter Gauner. Los, beeil dich! Ja, komm schon, komm schon! Warte, warte, so schnell kann ich nicht! Ja, hopp, jetzt, jetzt! Hopp, hopp, hopp! So! Steve, sag, du hast Charlie ermordet. Du falscher Hund, du weißt doch ganz genau... Halt's Maul! Ich turnen! Du legst dich hin! Der Richter Fussi Hugo Jones habe mich davon überzeugen lassen, dass der Angeklagte den Freispruch verdient. Fussi! Du Bolz, Schatz, du! Komm, lass dich ans Herz drücken! Oh, nein, 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 nicht nicht! Das kitzelt, das kitzelt! Ah, das kitzelt! Mein Fussi! Nicht doch, nicht doch! Ich muss, ich muss, ich muss schnell weg! Hahaha!